Herzlich willkommen zu Teil 10 meines Reisetagebuchs in Bild und Ton. Ja, heute mache ich gar keine große Vorrede, weil ich sehr viel Bildmaterial zu diesem Kapitel habe. Es geht diesmal um den Ausflug nach Moja-Lostilos. Ja, da kann man auch mit dem Bus aus von Las Palmas hinkommen, werde ich auch genauer beschreiben, und dort dann eine Runde im Lorbeerwald drehen. Also da gibt es einen Waldleerpfad und das ist toll. Das kann ich wirklich nur empfehlen, also für Leute, die Freude haben an Vegetation, an Abwechslung, an Bergen, an Schluchten. Und das ist ganz gut auch zu bewältigen zu Fuß. Ich habe das sehr, sehr genossen. Ich fand das mit einer der schönsten Ausflüge, die wir da auf der Insel gemacht haben. Sicherlich, wir haben natürlich nicht alles gesehen, aber von dem, was wir gesehen haben, war das mit einer der Höhepunkte. Das ist einfach wirklich diese Landschaft im Norden der Insel. Ja, früher war überall Lorbeerwald und jetzt haben sie hier halt noch so ein kleines Stück gerettet, die verschiedenen Lorbeerarten kann man da sehen und das ist alles beschriftet. Und klar, man trifft da auch Menschen, das so ist nicht, also gerade Einheimische, da ist es auch eine beliebte Ausflugsecke. Man kann aber, das ist das Schöne, unterschiedlich lange Wanderungen dort wählen. Man kann eine kleine Runde von zwei Kilometern gehen oder aber auch richtig ausgedehnt 14 Kilometer. Jetzt geht es los mit ziemlich vielen filmischen Eindrücken von Moja und Los Tilos. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Moja mit dem Bus Linie 116. Wir fahren hier gerade halsbrecherische Sachen mit hin. Ja, die Straßen sind eng, mit Überholen sollte man lieber vorsichtig sein. Wir haben hier schöne Täler und Barrancos Schluchten, Palmen. Und oben in Moja, da soll eine Wanderung starten. Die lange Variante wären 14 Kilometer, wir wollen aber noch kürzere. Mal gucken, ob wir überhaupt zum Ausgangspunkt kommen, in diesem Naturreservat. Das müssen wir dann noch erkunden, wenn wir in Moja gelandet sind. Heute ist wieder herrliches, oh Gott, wir lassen hier schluchten. Ja, man sieht, heute haben wir wieder richtig tolles, sonniges Wetter. Abgrund ist nah. Wie soll man hier 60 fahren, frage ich mich. Wir sind jetzt in Moja gelandet nach einer halsbrecherischen Busfahrt durch den Berg rauf über Sabentien und mit viel Gegenverkehr. Also, ich habe hier die Sitze gegrallt, aber dieser Ausblick ist toll. Man sieht hier so eine Kirche am Hang. Wir sind eben in dem Barranco de Moja. Das war die Linie 116 übrigens, ab Las Palmas, ab dem Gesundheitszentrum in Santa Catalina. Hier geht es steil bergab in die Schlucht. Und da oben, wir gucken, ob wir da hinkommen, ist Los Tilos. Das ist ein Lorbeerwald. Dort kann man eben auch wandern. Das sind nochmal 190 Meter hoch, wie ich das hier dieser Schautafel entnehme. Hier oben ist es auch frisch. Man sollte sich also eine Windjacke oder einen Pulli oder beides mitnehmen. Wir müssen jetzt von Moja aus leider erst nochmal zwei Kilometer mindestens hochlaufen, um zu dem Naturschutzreservat Los Tilos zu gelangen. Da gibt es irgendwie auch keine Busverbindung. Ein Taxi habe ich jetzt auch nicht gesehen. Und da gibt es hier auf dieser Straße leider auch keinen Fußweg. Das ist ein bisschen blöd. Und man hat uns darauf hingewiesen, dass wir uns bitte nicht auf der anderen Straßenseite bewegen sollen, weil da auch Geröll von dem Berg runterfallen könnte. Deswegen drücken wir uns jetzt hier an der Leitplanke entlang. Jetzt sind wir von der Hauptstraße nach links abgebogen Richtung Tilos de Moja. Hier gibt es den Sendero del Bosque, also ein Waldwanderpfad. Und hier ist nochmal eine Karte. Den Weg hätte man auch schön gehen können, ganz unbehelligt von Straße. Das wäre natürlich genau das gewesen. Naja, genau. Das ist vielleicht dann der Rückweg. Das ist die Straße, die Autos. Und hier haben wir nochmal eine Warnung. Wenn es regnet, soll man da nicht gehen, wegen Steinschlaggefahr. Da sieht man nochmal so eine Übersichtskarte. Das Restaurant, das wir eigentlich ansteuern wollten, hat geschlossen wegen der neuen Covid-Regeln, die nochmal seit Weihnachten hier auch auf Gran Canaria zurecht verschärft wurden, weil hier die Inzidenzen bei über 1000 pro 7 Tage liegen. Und ja, dann lohnt sich das vielleicht auch für die Gastwörter nicht. Wir schauen uns jetzt mal den Lorbeerwald ein. Das ist das Häuschen von Los Tilos. Nochmal so ein Informationshaus. Oh, jetzt drehe ich auch hier. Ein ganz niedlicher Schornstein, sieht fast chinesisch aus. Genau, da gibt es auch überall kleine Erklärtafeln an den Pflanzen. Es gibt natürlich auch Touristen und hier Asseos, die aber geschlossen sind. Gut, jetzt stehen wir am Eingang dieses Rundwegs, der 1,8, 1,9 Kilometer lang rundführen soll durch den Lorbeerwald. Und auch hier warnt man vor Steinschlag und es hatte geregnet. Aber wir wollen zuversichtlich sein. Jetzt wollen wir uns dann diesen Leerpfad anschauen. Und diese Bäume sollen auch alle beschriftet sein, hat uns der Reiseführer verraten, auf Spanisch und auf Latein. Ja, schon taucht man ein in eine sehr mystische Welt. Über all so kleine Felsen. Um uns herum sind Lorbeerbäume, das stimmt. Hier kann man schon mal Picknick machen, wenn man möchte. Der Weg ist ein bisschen glitschig. Ja. Wir haben die Halbzeit unseres Rundwegs erreicht und haben jetzt die Hauptstraße gequert, um hier nun einzusteigen in die Bucht. Man warnt auch hier erneut vor Steinschlag. Wir wagen es dennoch, obwohl es, wie man sieht, geregnet hat. Aber es ist eine wirklich tolle Landschaft. Mit kleinen Quellen am Wegesrand und immer wieder auch Beschriftungen. Wie gesagt, man kann hier die Bäume wirklich kennenlernen. Ja, das ist wirklich schön hier. Hier und da begegnen einem dann auch andere Wanderer. Jetzt den Blick wieder auf die Hauptstraße und unten, wo die Autos stehen, ist das Informationshäuschen. Casa de los Tilos. Hier am Hang entlang gelaufen. Mal gucken. Sehr weit dürfte es ja nicht mehr sein. Hier geht es jetzt wieder hinab. Da muss man doch ein bisschen aufpassen, sich gut am Geländer festhalten. Wenn es geregnet hat, sind auch die Treppenstufen glitschig. Aber das kriegt man auch noch hin. Aber ein ganz, ganz toller Weg mit so einer schönen Vegetation. Es ist wirklich... Ja, ich kann das wirklich nur empfehlen. Es lohnt sich, dieser Ausflug nach Los Tilos, über Moja. Ja, überall grün. Es ist eine Augenweide. Es ist jetzt toll hier. Man sieht diese Bäume. Das sind Eukalyptusbäume. Und bevor man sie sieht, riecht man sie. Also ich habe gerade gedacht, Mensch, riecht hier so nach Pfefferminz. Wie kommt das? Und dann sah ich auch schon diese typische Maserung dieser Baumstämme. Und natürlich auch die besondere Form, diese längliche, des Eukalyptusblatts. Und wenn ich an ein Blatt mal herankäme, würde ich da mal dran reiben. Und dann entfaltet sich der Geduft noch stärker. Kurz zur Info. Da unten sieht man die Hauptstraße, die wir auf dem Hinweg gekommen sind, um hier den Einstieg in den Lorbeerwald zu finden. Man kann aber, und das ist viel, viel schöner, haben wir jetzt entdeckt, den Weg oberhalb der Hauptstraße nach Moja wandern. Und ist unbehelligt von Autos. Und das ist doch viel, viel schöner. Mal gucken, ob der sich weiter so gut anlässt. Doch, das ist wirklich ein empfehlenswerter Rückweg. Immer wieder die Blicke auf die Schlucht. Und hier sehen wir den Weg grün gesäumt. Und da vorne wieder Eukalyptusbäume. Ich habe immer noch kein Blatt erhascht. Ein bisschen kraxelfreudig muss man hier schon sein. Aber mir tut es gut mit meinem Rücken. Ich kann besser kraxeln als auf glattem Asphalt laufen. Da tut mir der Rücken viel schneller weh. Ach gut, wir haben es ja jetzt heute nicht so warm. Man kommt aber schon ins Schwitzen. Wir haben hier eine ganz unheimliche Höhle entdeckt. Man kann nicht erkennen, was drin ist. Aber es klingt sehr hohl. Huh! Ich weiß nicht, ob das ein Wasserspeicher vielleicht ist. Oder ob da mal jemand gewohnt hat. Erschöpft sind wir ja doch. Man kraxelt hoch. Man kraxelt sapentinen. Der Weg ist, glaube ich, auch ein kleines bisschen weiter zurück. Hier jetzt oben am Berg. Er ist stark als auf der Straße. Aber er ist ja ungleich schöner. Jetzt haben wir, glaube ich, den steilsten Punkt erreicht. Man erkennt es jetzt hier nicht im Gegenlicht. Hier ist das Schild. So, weiter geht's. Wir haben hier einen Mandarinenbüschleinbäumlein gefunden. Ich glaube, es sind Mandarinen. Noch klein. Ich dachte erst, sind das Amarillen? Aber nein, nein. Vielleicht sind das auch nur so Zierorangen oder Ziermandarinen. Das kann natürlich auch sein. Weil jetzt sehen wir hier schon Behausungen. Ich glaube, es gehört zu einem Garten. Hier nochmal ganz eindeutig. Schon wieder im Gegenlicht. Aber ich kann versichern, es steht Moja drauf. Wir haben offenbar gleich unser Ziel erreicht. Hier ist es schon sehr befestigt. Alles, die Urbanisation naht. Und wieder überall Eukalyptus. Herrlich. Es duftet. Wenn man das doch mit aufnehmen könnte. Da unten liegt das Dorf. Das ist Moja, stimmt. Da müssen wir noch ein Stückchen rumlaufen. Ja, und da hinten sind nochmal andere Kartoffeln unterwegs beim Wandern. Das bleibt nicht aus. Man ist ja nie ganz allein. Aber ach, da ist das toll. Diese Blicke auf diese Barrancos. Das ist ja... Ich glaube, ich habe Worte für toll etwas überstrapaziert. Aber es ist einfach so. Ein paar abschätzende Bilder hier. Weil das so ein tolles Licht ist, gerade was auf das Dorf Moja fällt. Ja, wir sind ganz schön viel rauf und runter gelaufen. Das waren bestimmt am Ende des Tages so 7, 8, also bestimmt 8 Kilometer alles in allem. Also von Moja bis hin zum Norberwald zum Einstieg. Und dort der Rundweg waren ja 1,8, 1,9 Kilometer. Und dann den weiteren Höhenweg wieder von Tilos zurück nach Moja. Und jetzt ist die spannende Frage, wann am Sonnabend, den wir jetzt haben, wann da Busse überhaupt fahren. Die sind nämlich jetzt am Wochenende auch eher rar. Okay, der Bus geht nach Galdan. Hier. Hier ist der Richtige. Okay, heute haben wir Sonnabend. Dann geht er immer auf 40. Sábados und Festivus um 14.40 Uhr, 16.40 Uhr. Und jetzt haben wir die Zeit? Danke. Arrugadas? Fritas? Nein. Nein, es gibt Arrugadas. Nein, es ist gut. Ich bin auf dem Rückweg mit einem anderen Busfahrer. Mal sehen, wie der so fährt. Ja, war ein toller Ausflug. Wir haben uns nochmal gestärkt. Gerade haben Tapas gegessen. Ich mag Krälenfilet. Mein Begleiter gebratenes Schwein. Jetzt geht es wieder ab in die Sartinen. Juchu. Oh, 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 oh. Oh, oh. locke. Ja, ist es gut. Nichts. Geben. Ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020